happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei retro gamble ich spiele heute mal wieder free fire max ich werde zuerst betroyal spielen und danach cs viel spaß ok die erste runde geht los wir starten im flugzeug können uns mal hier ein bisschen herum schauen gute spiele dabei keine ahnung karte da links ist das blaue feld wo es die starke waffen gibt probieren hinzukommen allerdings weil flugweite ist nicht so weit weil ich ein anderes haustier habe wenn man wenn man den adler nimmt kommt man weiter mit dem fliegen oder feige was auch immer ich habe jetzt den eisbären den jedi nicht eisbären den jedi ich weiß gar nicht mehr genau was der macht aber ist ja auch egal wir haben es fast geschafft eine mp5 schön meine lieblingswaffe wenn wir scharfschützengewehr auch schön ja dann wechseln wir mal die waffe ich möchte eine nahkampfwaffe nehmen am besten wäre eine torg oder eine max 7 was lege ich denn hier oben noch herum da unten ist ein 3er rucksack ok den brauche ich erstmal noch nicht preis auch gleich aber erst möchte ich ach hier ist ein 3er rucksack eine bessere nahkampfwaffe finden ich dachte ich hätte da was gehört keine die die in in die 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 Das schaffst du zu Gewerbe schon? Ah, da muss ich schnell was einstellen hier. Warte mal. Ein Editor. Ich muss einstellen. Da unten. E oder Q? Gute Frage. Ein Tippspot. E? Ah ne, Q. Ich glaube dann nehmen wir E. Weiß ich nicht genau. Das werde ich beim nächsten Mal sehen. Okay. Schlüsse können wir uns holen? Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Hitlist. Ne Torgi gibt es hier auch nicht. Ach komm kaufen wir uns den. Ach jetzt geht es keiner mehr. Stunden hat mir zu viel ausgegeben. Egal. Thomas. Ne, voll nett. Da schießt einer. Ich muss doch erst was lange gehen. D. D. E. Torgi. D. 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 jetzt habe ich alles gefunden aber das zeichen hier wieder weg scharfschützengewehr rausholen und dann suchen wir mal nur ein punkt ich dachte das wäre einer da ist die maxim die andere die ich gesucht hätte oh die minuten Let's see, nur mal hier. So, let's see. Vielen Dank. Okay. What's the D? Okay. What's the D? Okay. Okay. So, hab ich das gemacht jetzt? Okay. 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 Jawohl. Spannend. Am Anfang gab es nicht so viel Action durch das Ausrüsten wie immer. Aber ich möchte mich ja immer erst equipeln und dann möchte ich kämpfen. Deswegen dauert es bei mir ein bisschen länger bis es spannend wird. Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen. Okay. Wir gehen in der nächsten Runde in der CS. Viel Spaß. Okay. In CS allein bin ich nicht reingekommen. Ich musste CS Ranking nehmen. Okay. Also hier sind meist ein bisschen bessere Spieler dann. Meistens. Nicht immer. Aber meistens. Okay. Dann schauen wir mal. Okay. Dann必at sie nur auf die Schmerzen. Oh, das liegt ja. Ich hab keinen Bilge gekommen. In CS. Das hier ist einよ. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Wo ist das Triple Kick? Super! Geschafft! Nice! Der eine ist ein Hacker, ok. Der eine ist ein Hacker. Help mir! Der eine ist ein Hacker. Daunt, daunt, daunt. Däuner, daunt. Der eine ist ein Hacker. Hacker, 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 Hacker. Wir können die durch der Wand schießen. Die schießen ja durch der Wand durch. Heftig. Ihr seid dieser Schwartz! Der Mann, essner swin, komm, komm. Nummer, nemm. Nummer. Das sind所有 Gottes! Zone, Zone. Bro, Bro. No kill, no kill. No kill, Bruder, no kill. Soll ich selbst umbringen? Bruder. Egal. Egal. No kill, Bro, come, come, no kill. Na gut, dann werden wir mal gleich noch eine neue Runde aufnehmen. AST- Double kill! Hehe. Was ist das? Bro, nicht zu schnauern. Komm, 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 komm. Ah, blablabla, okay, das ist schon die Sonne. Na gut, aber wahrscheinlich nicht so und... ...prediss halt. gut dann bis gleich eine runde geht los die dritte schon grad die eine war hacker drin gewesen schon wieder kommt 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 Komm, komm! Komm, komm! Obes! Licker, lick... No, no, no! No Kill, no Kill, bro! No Kill... Bro, no Kill, no Kill... No Kill, bro! No Kill, save! und schon wieder ein hacker der gleiche wegen gerade was ist das? Bro 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 Fuck your mother. Fuck your mother. Suizid, wir machen Suizid, wir rennen alle, naja alle nicht, nur RTX und ich, wir rennen in den Tod. Hmm. Hmm. Come, come. Come, look. Go. Thanks. Yeah, 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 yeah. Dann mal wieder den Einheits-Hacker melden. Wo war der Hacker? Hier, das war der Hacker. Keine Ahnung, was macht man da rein als Betrug? Ab normale Bewegung. Ich glaube, das sind alles Hacker hier, die können glaube ich alles zusammen. Obwohl das hier ist eine Gilde, Street Boys. Naja, egal. Gut, dann würde ich mal sagen. Das war's für heute. Da war zwar mein Hacker mit da drin gewesen. Und, ähm, ja. Dein Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal nichts mehr dabei seid. Bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss